Hi und herzlich willkommen zur neunten Folge vom AAA-Podcast. Bevor es losgeht noch eine kleine Anmerkung vorweg. Leider hatten wir mit der Tonaufnahme ein kleines Problem, weshalb sich im folgenden mein Sound sehr übersteuert anhört. Für die nächste Folge geloben wir Besserung und wir hoffen, es stört euch nicht zu sehr. Und jetzt viel Spaß mit Folge 9 von AAA. Hi und herzlich willkommen zu AAA, unserer mittlerweile neunten Folge vom Podcast. Und ihr hört Snowblind und mit bei mir ist der gute... Whisky, hallo! Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht und zwar Realismus bzw. Unrealismus in Animes. Was ist das? Brauchen wir das? Ist es notwendig oder kann man es nicht einfach weglassen? Darüber wollen wir heute sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Sehr schön. Aber wir haben natürlich wie immer noch unsere Rubrik. Was haben wir so gesehen? Haben wir vielleicht Empfehlungen für euch? Oder raten wir euch von irgendwas sogar ab, weil es einfach pure Zeitverschwendung ist? Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit gar nicht so viel gesehen. Nur zwei Sachen. Aber es sind definitiv keine Dis-Empfehlungen, sondern eher Empfehlungen. Aber Whisky, du kannst auch gerne anfangen. Was hast du denn so gesehen bisher? Sehr gern. Ich bin jetzt ja quasi aus Japan zurück und wollte jetzt die Zeit nutzen, um einige Animes jetzt noch aus der letzten Season aufzuholen und habe unter anderem die erste Folge von Frieren und die erste Folge von SOM100 geschaut. Und bin jetzt gerade überlegen, welche Serie ich als erstes weitergucke oder ob ich weitergucke tatsächlich. Und was ich aber, das wäre quasi mit Anime-Bezug und was ich aber tatsächlich über die letzten Wochen und auch tatsächlich unter anderem auf dem Flug nach Japan und zurück auch fertig geschaut habe und wirklich durchgesucht habe. Auch wenn es kein Anime ist, ist The Boys, eine amerikanische Serie über was wäre, wenn es Superhelden gibt, aber naja, die auch Konsequenzen mit sich bringen. Weil wenn jemand halt Superkräfte hat, so wie zum Beispiel bei Mario Academia, aber das Leute, die haben Kräfte und Leute, die haben keine Kräfte, kann das zu echt fiesen Sachen führen. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ist aber kein Anime. Trotzdem muss ich es aber erwähnen, weil es wirklich eine Empfehlung ist in meinen Augen. Ich hatte sehr viel Spaß in der Serie und muss auch sagen, dass ich zu lange jetzt irgendwie so normale Szenen hatte, die einfach mit waren, nicht wirklich interessant waren. Und das mal wieder eine wirklich gute Serie zu sehen, ach, das tat man wirklich, wirklich gut. Ja, und Richtung Anime, SOM100, sehr, sehr, sehr starke erste Folge. Geht um quasi, ja, wie der Name schon sagt, um Zombie-Setting, aber vor allen Dingen um den Hauptcharakter, der quasi in einer Black Sheep Company anfängt und dort drei Jahre arbeitet. Man begleitet ihn so ein bisschen durch sein Leiden. Eine Black Sheep Company ist quasi eine japanische Firma, die einen so ausnutzt, die halt einen Überstunden ohne Ende und Unterbezahlung und so weiter abverlangt. Und das ist ja leider in Japan schon ein Problem, immer noch. Und er wird aber komplett befreit, weil es gibt die Zombie-Apokse und wenn die Zombies kassieren, dann muss er nicht mehr zur Arbeit gehen. Und das freut ihn wie Bolle. Und ja, das quasi begleitet man dann ihn auf den Abenteuern durch eine Dystopie, die für ihn gar nicht mehr so dystopisch ist, weil Hauptsache er muss nicht mehr in dieser Firma arbeiten. Geiles Setting und geile Visuals. Also das war schon witzig. Ich bin gespannt, ob tatsächlich die restliche Staffel und die nächsten Folgen so die erste sehr starke Episode aufrechterhalten können. War aber Heuchy no Ko auch so, dass halt die erste Folge ist halt super stark und danach wird es halt eher normal. Aber auch da bin ich tatsächlich noch nicht über die erste Folge hinaus. Und wie gesagt, Frieren, gerade so ein bisschen Hype-Anime der aktuellen Season würde ich sagen, geht da um eine Elfe, die quasi, naja, ziemlich lange lebt und quasi durch die Welt bewandert. Und das ist ein sehr ruhig gestallter Anime mit sehr vielen Sequenzen, die einfach sehr atmosphärisch sind. Und naja, für sie ist halt 50 Jahre so nix. Das ist, wie bei uns, weiß ich, eine Woche oder so vielleicht. Aber für Menschen, für ihr Umfeld ist das natürlich, passiert so viel. Die haben eine ganz andere Gewichtung für das, was in der Zeit passiert ist. Und das merkt man schon in der ersten Folge. Ich bin gespannt, ob das einfach darauf aufbaut, den Rest der Serie oder wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall aber mal so ganz andere Fantasy-Anime eher auf, weniger auf Action und so bedacht, sondern wirklich auf Atmosphäre, Worldbuilding und so ein bisschen Leben in einer klassischen, ich sag mal, Tolkienesken, Mittelalterwelt. Spannend. Also ich kann verstehen, warum der Anime so gut angekommen ist. Tolkienesken. Sehr schön. Alter, Fisky, du hast auch einen Redeschluss drauf. Das ist krass. Man merkt, dass du Streamer bist und man kommt gar nicht zu Wort bei dir. Wundervoll. Alles gut, alles gut. Ich fand es schön, wie du so total casual als Einleitung erwähnt hast, so, ja, als ich dann gerade so auf dem Rückflug von Japan war, ne? Weißt du, so jeder, der uns zuhört, so literally das Traumziel. Und ihr müsst wissen, Fisky ist einfach so fünfmal im Jahr da oder so. Ich weiß nicht, dass ich diesmal schon zweimal da war, ist eigentlich schon total ungewöhnlich. Ich hatte auch Gründe gehabt, aber, ja, ist schon, also, Japan ist immer eine Reise wert und ich kann es schon empfehlen. Das ist vielleicht was für die nächste Episode, weil, oh boy, oh boy, ja, Japan ist toll. Du erinnerst dich, wir haben schon mal eine Folge über Japan gemacht, aber ich bin offen für alles. Meine Eltern haben mir jetzt auch zum Geburtstag letztens einen Reiseführer für Japan geschenkt. Wohl wissend, dass ich noch nicht da war. Nimm mich als Reiseführer. I know, I know. Ist aber wirklich ein schönes, aufwendig gemachtes Buch aus so japanischem Stil. Aber man kann es nicht von hinten lesen, da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? No. Ich muss es europäisch lesen, das haben sie für mich angepasst. Dafür gibt's ja Manga. Dafür gibt's Manga, so sieht's aus. Ähm, ja, ich war auch gar nicht so viel, ähm, unterwegs im Anniverse die letzten Wochen tatsächlich. Ähm, ich fand's cool, dass du Freelien gesehen hast. Wollte ich auch unbedingt gucken, wollte ich auch, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, gucken. Aber dann kommst du gestern an und sagst, ey, lass doch mal morgen einen Podcast aufnehmen. Äh, shit. Das ist dann offensichtlich nichts mehr geworden, aber ich fand dieses Wort so schön tolkienestisch. Oder wie hast du das gesagt? So klassische Fantasy-Sachen, so mit Orks, Drachen, Goblins oder so. Also, ähm, der hat auf Tolkien angespielt, ne? Genau, genau. Okay, das hab ich dann doch noch gecheckt. Elfen, äh, oder auch wenn's bei Tolkien Elben sind, aber, naja, es ist ja eigentlich basically dasselbe. Oh, 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 oh. Da kommt die Kenzewelle vor den, äh, Tolkien, ähm, Experten, die mit Sicherheit sagen werden, dass es zwischen Elfen und Elben Unterschiede gibt, aber wenn's welche gibt, ich kenn's halt nicht. Aber ich find Legolas toll. Legolas ist toll, ja. Der ist cool. Guter Mann. Was hast du denn geschaut in letzter Zeit? Ja, erstmal würde ich mal sagen, fang ich mit, äh, es sind nur zwei, ich fang mit, äh, SOM100 an, den hab ich nämlich auch gesehen. Ich hab ihn ein bisschen weiter gesehen als du, und zwar soweit wie's aktuell geht, denn es sind aktuell ja erst neun Folgen draußen, die hab ich alle gesehen, und die Folgen 10 bis 12 sollen, soweit ich weiß, über Weihnachten kommen, und dann vermutlich auch im Marathon, also alle am Stück. Das wär ganz geil, weil ich will unbedingt wissen, wie's weitergeht. Denn, äh, du hast dich ja gefragt, ob es spannend bleibt. Ja, bleibt es, tatsächlich. Ähm, was ich zu SOM100 noch ergänzen würde, diese Black Cheap Company, die du erwähnt hast, das war soweit, also man hat's ja nicht hundertprozentig erfahren, aber soweit ich das beurteilen konnte, war das ne Werbeagentur, denn ich saß da die ganze Zeit nur, und so, literally, wie, ja, that's my life. Ich muss da auch denken, ist das nicht eigentlich so voll, also, wenn du jetzt quasi in deiner Branche in einer richtig, ne, Black Cheap Company landest, nicht genau der Ding, fiese Kunden, die sagen, oh, ich muss meinen Töchter schienen aber im Werbeclip haben, oder, oder einfach ne, und gottlose Arbeitsstunden, und, äh, ai, ai. Ja, das hab ich, hab ich auch alles hinter mir, ne, ich war ja auch schon in einigen der sehr großen Agenturen und hab, äh, Kunden betreut, die jeder von uns kennt, also, literally jeder. Ja, und da denkst du dir nur so, boah, ist das geil, ja, bis du denn mal, äh, am Blueprint sozusagen sitzt, ne, dann ist das nämlich gar nicht mehr so geil. So eine riesen Erwartung. Ich fühl ihn komplett, und ich hab auch mehrfach so die Gedanken gehabt, so, ja, so jetzt so ne Zombie-Apokalypse, joa, wär schon okay. Ich denk mir immer, es ist dann gar nicht mal so geil, wenn dann irgendwann mal so, ja, anfangs, okay, nimmst du da alles mit, was im Supermarkt da ist, jada, 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 ja, aber irgendwann ist das ja auch gammelig. Was machst du denn dann? Das war das, was ich auch ein bisschen unrealistisch fand, dass die, ähm, im Supermarkt noch so viel zur Verfügung hatten, obwohl ja nicht nur Akira der Einzige war, der noch, äh, unzombifiziert war. Das war ja wirklich so, dass diese, dass das mehrere sind, und dass die Zombie-Krankheit, sag ich jetzt ja mal, übertragen wird. Und er hat ja doch noch einen recht gefüllten Supermarkt gefunden, und er ist halt auch einfach so richtig dumm, ne? Also er macht einfach gar nichts von dem, was man eigentlich machen sollte. Also, weiß ich nicht, wenn eine Zombie-Apokalypse losbricht, was mache ich? Ich mache alles, oder besorge mir alles, was ich später nicht mehr bekommen kann. Das heißt, solange das Wasser noch fließt, fülle ich mir so viel frisches Wasser ab, wie es nur irgendwie geht. Oder besorge es mir. Gehe in den Supermarkt, hole Can-Food, also alles, was in, äh, in Dosen ist, alles, was länger hält. Und natürlich gehe ich in eine verdammte Apotheke und nehme alles mit, was ich kriegen kann, weil das ist dein Handelsgut. Weil dein Geld ist nichts mehr wert, das interessiert niemanden mehr. Du brauchst Medikamente oder Edelmetalle oder sowas, um damit zu handeln. Und er geht einfach los. Ja, Digga, ich habe Bock auf Bier, ne? Ich habe ja nichts mehr zu tun, ich hole mir jetzt ein bisschen Kirin-Bier. So einzelne Sachen, oder? Das war echt, das war echt, da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht effizient. Und, äh, gut, wurde ja auch kommentiert von den Medien, was er getroffen hat, so, ja, äh, das ist nicht, nächstes Mal von dir. Ähm, und, mh, vor allen Dingen, was aber wichtig wäre, wenn Zombie-Abklipse startet, erstmal Zombieland schauen, ne? Die Regeln lernen und always double take. Always double take. Nicht einmal schießen, zweimal. Sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Hm. Ja, absolut. Absolut. Ähm, ne, aber ansonsten, du hast ja nur die erste Folge gesehen, ne? Also, es geht auf jeden Fall, äh, ganz spannend weiter. Es geht ja so ein bisschen darum, diese 100 steht ja dafür, dass er sich so eine Bucketlist gemacht hat. Und zwar nicht, was will ich machen, also viele haben ja so eine Liste, was will ich machen, bevor ich sterbe, die hat er sozusagen auch, was will ich machen, bevor ich ein Zombie werde. Und er hat aber keine 100 Sachen, sondern er sammelt die Sachen im Laufe des Anime. Das heißt, er setzt sich hin, er schreibt irgendwie keine Ahnung, 20 Stück oder so schon mal auf. Und im Laufe des Anime trifft er ja auch weitere Charaktere, redet mit denen, guckt, was deren Ziele so sind oder sieht Sachen und denkt sich so, oh, da hätte ich ja auch mal Bock drauf. Und er hat da auch total reasonable Dinge drauf, beispielsweise, ich will die Polarlichter sehen, ich will Fallschirmspringen, so Klassiker halt, ne? Aber auch so Sachen wie, passt für das The Boys, was du erwähnt hast, ich will ja ein Superheld werden. Und dann denkt er sich so, okay, wie kann ich denn jetzt einen Tag oder länger hier ein Superheld sein? Und hat das auch echt ganz klug durchdacht, hat sich quasi Kleidung besorgt, die bissfest ist und hat sich dann da als Held aufgespielt, ne? Du kennst den Charakter ja mittlerweile aus der ersten Folge, also weißt du, wie lustig das war. Es war sehr lustig. Und es geht halt dann immer so ein bisschen weiter, also er versucht ja seine Eltern auch zu treffen, das ist ja so ein bisschen sein Reiseziel und da geht es dann sozusagen hin. Was da passiert, sage ich dann mal lieber noch nicht, für alle, die noch nicht so weit geguckt haben, einschließlich du. Und die haben es aber geschafft, dass es durchgehend spannend bleibt, es hat immer diesen gewissen Witz und wenn du dir gerade denkst, okay, jetzt könnte es langweilig werden, dann kommt entweder eine neue Situation oder ein neuer Charakter dazu und ich glaube, die tun sich auch sehr, sehr gut damit, dass es aktuell nur in Anführungszeichen zwölf Folgen sind, die geplant sind. Denn ich glaube, innerhalb von zwölf Folgen kannst du das richtig geil erzählen und kannst dann wahrscheinlich sogar noch weitermachen, weil bisher haben sie es auf jeden Fall geschafft, dass es sehr gut ist und dass ich auf jeden Fall weitergucken möchte. Cool, dann werde ich vielleicht mit dem sogar auch weitermachen und danach erst mit Frieren weitermachen und habe auch eigentlich noch einen dritten Titel gehabt, den ich übrigens schauen wollte. Welcher war das denn? Vielleicht der zweite, den ich gesehen habe. Oh. Und zwar, ach so, der ist schon ein bisschen älter, also nicht sehr alt, aber schon nicht aus der aktuellen Season. Und zwar der Anime von Nier Automata, Version 1-1-A, glaube ich. Der muss doch mit sich ja komplett durchgesuchtet haben, oder? Als größer Nines-Fan. Also ich bin auch Nines-Fan, aber tatsächlich noch nicht. Ich bin jetzt bei Folge 8, 9. Warum habe ich ihn nicht durchgesuchtet? Weil der Anfang war schwierig für mich, aus zwei Gründen. Der erste Grund, 3D-Modelle. Wenn du einmal gesehen hast, wie die gerendert werden, dann siehst du das, wenn das nicht aufwendig gemacht wurde und das war wirklich überhaupt nicht aufwendig gemacht. Also das sah echt schlecht aus. Dafür, dass es von... Haben die Charaktere oder nur irgendwie die Meccas oder so? Nein, 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 nein. Die 3D-Models, also die Raumschiffe beispielsweise und die Body Suits. Ja, CG Train. Genau, also die Roboter und die Androiden, also Nines und To Be, die sind gezeichnet. Keine Sorge. Also das ist nur wirklich am Anfang. Und da dachte ich mir nur so, holy crap, das ist eine der ersten Szenen. Was los? Und das hat ja, glaube ich, sogar... Wer hat das gemacht? A1? Also irgendein großes Studio hat das auf jeden Fall gemacht, weshalb mich das umso mehr verwundert hat. Aber da kommt man drüber hinweg. Wie gesagt, ist ja auch nicht die Majority. Das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat, aber auch nur am Anfang, ist der Art-Stil. Weil der Art-Stil ist grundlegend anders als im Anime. Und ich war dann ja auch auf der Animagic. Da haben wir uns ja auch gesehen, Fisky. Und da war ja auch der gute Yoko Taro. Also Schöpfer der Nier-Reihe. Und der hat auch was zum Charakter-Design gesagt. Denn der Charakter-Designer war auch da. Und die haben quasi gesagt, er wurde nur genommen, weil sein Entwurf quasi was ganz anderes von dem ist, was sie erwartet haben. Es war komplett anders als im Spiel. Und das fand Yoko Taro so toll, dass er gesagt hat, so brauchen wir das. Es muss anders sein. Und seit er das gesagt hat, denke ich mir so, okay, verstehe ich. Weil genau so können sie es natürlich nicht machen, weil es ein anderes Team ist, das das bearbeitet. Klar, du kannst nicht Spielemacher sein und Anime-Zeichner. Und das sind ja auch ganz andere Modelle, die benutzt werden. Und wenn die es so versucht hätten zu adaptieren und dann so kleine Sachen anders gewesen wären, dann hätte es mich, glaube ich, noch mehr gestört. So ist es grundlegend anders. Man muss sich einmal daran gewöhnen, aber dann ist man drin. Und das machen einen die ganzen anderen Sachen in dem Anime einfacher. Und da musst du aber erstmal über die erste Folge hinwegkommen, wenn du so viele, sag ich mal, Barrieren dir erschaffst, wie ich es getan habe. Was es wiederum wieder sehr, sehr gut macht, sind die Synchronsprecher. Im Deutschen. Ich habe es im Deutschen gesehen. Und ich finde, die sind extrem gut gewählt. Gerade auch Nines extrem sympathische Stimme. Wirklich extrem. Und richtig, richtig gute Betonungen. Also du kaufst dem wirklich ab, dass es real ist. Also du weißt natürlich, das ist aus dem Turmstudio. Aber es ist so gut gemacht. Also da wirklich Props an den Synchronsprecher. Das ist richtig krass. Und an und für sich verfolgt der Anime ja schon die Hauptstory, klar. Aber sie wird ein bisschen anders erzählt. Und was ich besonders cool finde, ist, man kriegt ein bisschen mehr Story zu A2, die ja im späteren Verlauf dazukam. Da hat man ja im Game so ein bisschen gedacht, okay, who is that? Und da gab es im Anime so ein bisschen Vorgeschichte zu. Was ein bisschen verwirrend war, weil, gut, ich spoiler das lieber nicht, aber es gab ein bisschen Vorgeschichte dazu. Und das fand ich im Nachhinein ganz cool. Als es zuerst erzählt wurde, dachte ich mir, was soll das denn jetzt? I don't get it. War ein bisschen verwirrend erzählt. Aber als man es dann verstanden hat, dann war es gut. Und ansonsten ist es auch sehr cool, weil es so ein bisschen mehr Zwischenmenschliches, Zwischen- oder Zwischen-Androidisches, wie auch immer man es nennen will, Zwischen 9S und 2B gibt. Also sie interagieren ein bisschen mehr, als sie es im Spiel gemacht haben, finde ich. Und das fand ich sehr erfrischend, sehr cool. Und ja, ich bin überzeugt davon. Ich finde es gut und werde es auf jeden Fall weitergucken. Oh, ich glaube, das ist ein tatsächlich auch noch Anime, den ich auf die Liste packen muss, weil ich bin ja auch großer Nines-Fan. Ist auch einfach toll. Ja, der ist auch toll. Und das Charakterdesign habe ich mich spätestens bei dem einen Artwork, was wir auf der Animagic gesehen haben, verliebt, weil es einfach so on point war. Oh ja, oh ja. Oh stimmt, ich habe hier noch was, was ich da zuschicken muss. Weil, ja, ich habe hier was mitgebracht aus Japan, hey. Und es geht halt auch in die Richtung, hey. Ja, der Fisky hat es schon erzählt, er hat mir was von Nines mitgebracht, weil ich dieses Artwork so unnormal gefeiert habe auf der Animagic. Weil es stand da so ein riesen Plakat und ich musste das haben, aber ich habe es natürlich nicht bekommen. Und habe mir dann beim Rausgehen, weil ich nicht das Condelux-Paket oder so hatte, aber habe mir beim Rausgehen vom letzten Tag, habe ich mir so eine verdammte Tüte noch beim Ausgang gekauft, wo das drauf war. Das ist gar nicht, was ich damit soll, aber ich wollte dieses Artwork haben. Ich dachte jetzt schon, genau mit dieser Einstellung wirst du in Japan sehr viel Freude haben, aber ein sehr blankes Portemonnaie am Ende des Tages, weil es ist genau dieses, du siehst irgendein Artwork, irgendein Charakterdesign, wo du denkst, ich muss das jetzt haben. Ich muss das jetzt haben. Und das Problem in Japan ist halt einfach, du weißt halt literally nicht, ob du das irgendwo anders bekommen kannst. Deswegen holst du dich auch sofort da. Und tatsächlich, ich würde sogar, also ein Pro-Tipp für alle, die zum ersten Mal in Japan fahren oder so, wenn ihr etwas seht, das ihr haben wollt, dann kauft es euch. Also, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch, dass ihr es nicht nochmal sehen werdet und dann bereut man es ja vielleicht doch irgendwie und dann ist die Chance halt irgendwie weg. und dann lieber einmal 1 zu 4 einkaufen als 1 zu wenig, wobei, euer Koffer wird es ächzen, aber ich kenne keinen Menschen, der in Japan unterwegs war und dessen Gepäckproblem nicht alles andere überwiegt. So, wie viel Kilogramm geht doch ins Flugzeug? Oh Gott, geht das noch ins Handgepäck? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich bin ja, ich war ja Anfang des Jahres in Dubai. Ich glaube, also dir habe ich es auf jeden Fall erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Ich weiß, dass ich kurz drüber gesprochen habe, aber ich weiß nicht, ob ich diese spezielle Geschichte erzählt habe. Und zwar bin ich da hin und bevor ich geflogen bin, ich bin mit einem Kollegen zusammen geflogen, waren wir bei mir, weil wir vom Flughafen von meiner Stadt aus geflogen sind und hatten beide unseren Koffer so und haben uns so angeguckt. Also, wir haben jeder eigentlich zwei Koffer inklusive. Aber nicht auf allen Flügen, weil wir haben so eine Riesenrundreise gemacht. Dubai, Thailand und in Thailand nur noch drei verschiedene Ziele. Und bei einigen war nur ein Koffer inklusive. Das hätten wir da also extra bezahlen müssen. Und wir stehen da so, jeder ein Koffer. Ich dachte so, wäre eigentlich clever, wenn wir noch einen Koffer mitnehmen. Einfach nur, falls wir ein bisschen zu viel kaufen. Also Koffer sind halt schon voll, weil wir sind zwei Monate unterwegs. Und dann haben wir uns so angeguckt, so, nee. Brauchen wir nicht. Wozu denn? Erster Stopp Dubai. Erste Woche. Ich muss im Samsonite Flagship Store gehen und einen Koffer kaufen. Und kaufe mal einen Koffer in Dubai. Da kriegst du nämlich nur die Prestige Edition, wo du einen ganz normalen Koffer, der günstigste, den sie... Der fucking günstigste, den sie da hatten. 800 Euro. Nein. Das war der günstigste Koffer in Dubai, den ich gefunden habe. Oh nein. Und der ist literally trotzdem so teuer, dass es die Edition in Deutschland nicht mehr gibt. Oh nein. Wow. Worauf ich hinaus wollte, wenn man nach Thailand fliegt, äh, wow, genau, wenn man nach Japan fliegt, dann nimmt man doch von vornherein zwei Koffer, oder? Ich nehme zwei Koffer mit nach Japan und kaufe wahrscheinlich dann trotzdem noch einen, weil ich mit drei zurückfliegen muss. Also wenn du eine Rundreise planst, würde ich halt immer empfehlen, dass man quasi mit einem Koffer hinfährt, ähm, und dann halt einen zweiten vor Ort noch holt, in der Tat, ähm, und dann am besten, am besten am Schluss der Reise, den Shopping am Schluss zu machen, ich sag das jetzt immer wieder und ich hab's in beiden Reisen, die sind sich ja so dermaßen verkackt und schon zum Teil hab den erst ein paar Tagen einfach, ähm, geschoppt, bis zum Gehtnichtmehr, weil es... Na, also, selbe Thematik. Du siehst Artworks, du denkst, ich will das, oh Gott, ich will das jetzt haben. Und dann ist auf einmal der Koffer schon nach einem dritten Tag und wir sind ordentlich schwerer. Und dann ist das für die Rundreise echt ätzend. Was damit aber auch ginge natürlich, dass man vielleicht, ähm, mit zwei Koffern hinfährt und einen, sagen wir mal, dass du startest im einen Hotel, machst du eine Rundreise und endest dann im selben Hotel wieder und wir haben tatsächlich auch unsere Koffer dann quasi in dem Hotel lassen dürfen oder mit einem Schießfach an einem der Bahnhöfe. Aber gut, das ist dann auch ein bisschen Kosten, oder Hotel nicht, aber Schießfach ist ein bisschen Kosten. Das geht aber auch. Ähm, aber ja, äh, Koffermanagement in Japan und gerade solange dieser Yen noch so günstig ist. Das Ding ist halt einfach, du hast dann auch eigentlich keinen so nennenswerten Grund, der dich davon abhängt, irgendwas nicht zu kaufen. Wenn du am Gacha-Automaten ziehst und es kostet einfach nur zwei Euro jeder Zug, dann, dann, na, das sind vielleicht trotzdem 300, 400 Yen, aber das sind halt für dich gerade nur zwei Euro, weil halt der Yen gerade, auf dem Podcast, bei irgendwie, also 100 Yen sind gerade aktuell 62 Cent oder 61 Cent, das sind fast 40 Prozent Unterschied. Für alle, die das nicht kennen, die normalen Preise, so ein Gacha-Automat kostet glaube ich fünf Euro sonst normalerweise, ne? So 300, 400 Yen oder 500 Yen und man muss ja bedenken, dass eigentlich 100 Yen und Euro sind, also, na, aus japanischer Sicht, das ist bei uns der eine Euro, es sind dort 100 Yen, aber halt, ne, im tatsächlichen Währungskurs sind halt gerade, sind diese, ist dieser eine Euro dann quasi 40 Prozent reduziert, durch die Währungsschwankungen. Wer weiß, wie lange es noch hält, aber das ist, das merkst du beim Essen, das merkst du beim Hotels, bei allen Einkäufen, du kaufst das für 100 Euro ein oder für 10.000 Yen, was ja auch immer erst total viel klingt, 10.000 Yen, diese großen Scheine und die großen Zahlen, das, äh, klingt absurd viel, klingt absurd viel, aber das sind halt 60 Euro, so. Ich erinnere mich noch dran an die Sushi-Platte, die du mir geschickt hast, wo du so drunter geschrieben hast, umgerechnet 5 Euro und ich gucke da so drauf und denke mir so, wow, da sind jetzt irgendwie 6, 7 Stück drauf in einer Qualität, die du hier wirklich suchen musst und da kriegst du denn eins, wenn du Glück hast, aber nicht so viele. Unfassbar, also das war auch ein Glücksfallensstück weit, wir waren halt eben eben etwas außerhalb oder quasi in so einem kleinen, kleinen Dorf in der Nähe eines Regionalflughafen, mit dem wir dann nach Sapporo geflogen sind, bei Hanamaki. Das war so ein kleinen, lokalen Sushi-Shop gegangen, wo der Sushi-Chef hinter dem Tresen sitzt, die hatten irgendwie ein bisschen Mittagstisch und wir haben in der Zeit ein komplettes Menü genommen, da war dann halt einige Nigiri bei und ein paar Maki, grüner Tee, Misesuppe, so ein bisschen klassisch, wurde hier, weiß ich, dann 15, 20 Euro zahlt, so was auch immer und wir wussten nicht, was soll zahlen, dann kriegen wir die Rechnung und zahlen irgendwie pro Person 800 Yen und ich bin literally fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, 800 Yen, das sind gerade mal 5 Euro für ein komplettes Sushi-Set. There is something wrong. Und zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich mir, ich hätte jetzt so gerne einfach Trinkheit gegeben oder einfach mehr bezahlt, einfach weil das so viel mehr wert war eigentlich, ne? Ähm, aber gut, das ist halt in Japan eigentlich auch nicht üblich, ähm, äh, es hat mich bis heute geprägt, weil das, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Der seltene Fall, wenn wir mit dem Euro mal Vorteile haben, aber das ist ja das Schöne, wir haben den Vorteil, aber die nicht den Nachteil, weil deren Währung ist ja immer noch quasi, na, sie können sich ja ihre Sachen immer noch kaufen. Ja, gut, Energie, ähm, Info ist halt ein Thema, leider Gottes, und auch du hast eine Inflation natürlich da, das ist schon nicht ganz ohne, aber in der Tat, also im Großen und Ganzen, ähm, so lange man als Japaner einfach nur im Land ist, wird man das jetzt nicht so sehr merken, aber sobald man dann quasi nach draußen möchte und vielleicht mal andersrum nach Europa fliegen würde, oder sagen wir mal, du bist, äh, du arbeitest als Deutscher in Japan, verdienst über Yen Gehalt und möchtest dann mal Familie besuchen zu Hause, das tut dann natürlich echt weh, weil die Gelder sind vergleichbar wie hier, ungefähr, aber wenn das jetzt mal 40% weniger wert ist, dann tut der Währungskurve, oder dann tut das Gehalt umrechten einfach wirklich weh, aber das ist ja eine ganz krasse Ausnahme, der Autonomal Japaner wird das jetzt glaube ich auch so stark nicht merken, bisschen schon, aber nicht so stark hoffentlich, und für den Touristen ist es halt gerade wirklich, also, man lebt wie Gott in Frankreich, wie im Strafenland, weil du halt so viele Vorteile, so viel, ähm, Service und, und einfach hohe Qualitäten angeboten bekommst, aber dann auf einmal nicht zu verhältnismäßig teuren Preisen, ähm, sondern wirklich, wirklich günstig, das ist, äh, also, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Ist eigentlich das Thema heute, aber, ich bin eigentlich schon fast am Flughafen jetzt, ne? Ohne Witz, ich kann es nur empfehlen, und, äh, hoffe, dass der Jens sich auch eine ganze Weile so, so hält, weil, ähm, weißt man nicht, also, das, äh, Währungskurse kann ich gerne vorher sagen. Bei meinem Glück, vielleicht, vielleicht sollte ich buchen, dann rette ich die japanische Wirtschaft, weil dann geht es wieder nach oben für die. Du bist einmal da gewesen, der Jens auf einmal auf 70 Cent zurück. Ist so, all time high. Toni kommt, ist all time high jetzt. Einfach, weil du so viel geshoppt hast vor Ort, und, und einfach die japanische Wirtschaft einfach, auf einmal ein Klick nach oben macht. Bruttoinlandsprodukt steigt, was ist da los? Der Toni war, also der Snowblast war unterwegs. Können wir wieder haben? Ich kriege eine eigene Flughafen-Lounge, ich sehe es schon. Okay, damit haben wir jetzt das, das realistische, und jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen unrealistische Japan. Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal als Überleitung zu unserem Thema, oder? Absolut. Perfekte Überleitung. Ne? Komm, Überleitungs-King. Und Unrealismus in Almu. Genau. Und ich würde behaupten, wir brauchen den Unrealismus. Was meinen wir überhaupt? Was meinen wir damit überhaupt? Müssen wir vielleicht einmal kurz dazu sagen. Also klar, Anime sind größtenteils unrealistisch. Ein Setting wie in My Hero Academia. Gut, keiner kann jetzt vorhersagen, ob irgendwann ein leuchtendes Baby geboren wird. Vielleicht kommt es ja. I hope so. Obwohl, nee, dann würde ich ja gar keine Fähigkeiten mehr kriegen. Ich bin ja vorherige Generation. Nein, nein, ich hoffe gerade nicht drauf. Lieber nicht. Lieber nicht. Du nimmst mir nicht meine Eis- und Feuerfähigkeiten, mein Lieber. Das Problem ist, wenn man sie hat, das ist ja toll, wenn man sie nicht hat, aber irgendwelche anderen haben es, dann ist man ganz schnell, aber irgendwie in einer schwierigen Machtposition. Bei meinem Glück werde ich in der Welt von My Hero Academia dieser Sprühflaschen-Typ, es gibt einen Typ, der ist einfach literally so eine Silulinflasche, so eine Glasreinigerflasche. Was? Und du denkst dir nur so, holy crap, der hatte aber Pech. In der Quirk-Lotterie. Ja, in der Quirk-Lotterie ist das mega losgezogen, aber sowas von. Mop, mop, oh nein. Genau, also das ist natürlich klar, das ist absoluter Unrealismus, aber das hat man ja auch in Marvel-Filmen und anderen Serien, aber du hast ja auch in Animes, die, sage ich jetzt mal, Realismus vortäuschen, hast du ja unrealistische Szenen, beispielsweise Haikyuu. Da hast du ja beispielsweise Angriffe, nenne ich jetzt mal, oder Spielzüge besser gesagt, die so gar nicht wirklich möglich sind. Ein Ball, der gefühlte Spielfeld zerfällt, oder ein Ball, der einfach zwei Folgen lang im Flug ist und gefühlt ein halber Roman dazwischen stattfindet, der ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht logisch, ganz klar, aber ich gucke Haikyuu und habe Bock auf Volleyball. Ich gucke ein echtes Volleyball-Spiel und habe keinen Bock auf Volleyball. Also, irgendwie scheinen wir das zu brauchen, oder ich zumindest scheine es zu brauchen. Der Nervchenkitzel. Anime lebt ja auch gewisserweise von einer Übertreibung und einer überspitzen Darstellung und das ist ja auch das, was irgendwie Spaß macht, dass du so energiegeladene Züge hast, auch das Überbewerten von, in der Zeit, was vielleicht im normalen Volleyball einfach normaler Zug ist und das geht 30 Sekunden lang und dann ist es vorbei, wird halt, in Animes komplett kommentiert und irgendwie mit Wert versehen. Ich glaube, das macht es irgendwie mal spannend, dass halt so Details hervorgehoben werden, die eigentlich sehr mundan sind. Ich würde sagen, das ist etwas, was Japaner generell ganz gut können. Dieses Auge fürs Detail, für mundane Sachen. Im Anime hat man dann auch gerne mal den Unrealismus quasi übertrieben, aber das macht es dann auch so catchy, so unfassbar catchy. Es gibt eben halt die Details, die dir normalerweise fehlen. Natürlich kann bei, wenn wir jetzt mal beim Haikyuu-Beispiel bleiben, auch bei normalen Volleyball-Teams diese Rivalität da herrschen, dieses Zwischenmenschliche, du kriegst das als Zuschauer noch nicht mit und auch die Fans, die im Publikum sitzen. Bei Haikyuu, das ist natürlich auch absolut unrealistisch. Wer läuft einer Volleyball-Mannschaft so hart hinterher, einer Highschool-Volleyball-Mannschaft so hart hinterher und feuert die so extrem an und hat eigentlich gar nichts damit zu tun? Ja. Also im Schuh-Setting nicht ganz so realistisch. Dass die angefeuert werden, klar, aber ich meine, das ist da schon doll teilweise. Weil ich fühle bis heute das ist ein grumpy Typen, der da immer saß und quasi erst mal so, früher war er besser und irgendwann, als dann Carlos No besser geworden ist, war er voll Hyped, aber erst mal war er so ein grumpy Dude, der so quasi irgendwie da war, aber auch sehr skeptical war und da habe ich voll gefühlt, okay, das bin ich in 20 Jahren. Absolut, ich meine, ich habe auch gefühlt, als sie da mit einem halben Orchester da saßen, in den Rängen, ne, es war drüber, aber es war trotzdem lustig. Weil tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob es sowas nicht tatsächlich in Japan gibt, wo halt dann irgendwie die Schuhorchester zu sowas eingesetzt werden. Wäre eigentlich mal wert, sich das mal anzuschauen, weil ich glaube tatsächlich, die haben diesen Aspekt letztendlich aus der Lameng gegriffen, sondern tatsächlich, dass es vielleicht wirklich sowas in der Art gibt, so Cheer Squats oder sowas, es gibt auch die Chili in den USA, vielleicht gibt es auch eine entsprechende Kultur in Japan für so Schulbands, Marchingbands und sowas, die halt, vielleicht nicht Marchingbands, aber halt die halt so ein bisschen anfeuern, würde ich gerne mal eigentlich irgendwie mich auf die Research betreiben, ob es sowas nicht teilweise gibt, zumindest für, jetzt vielleicht nicht für das Random Game, aber für irgendwelche Finalspiele oder sowas. Ja, wahrscheinlich dann nicht für die Highschool-Geschichten, sondern dann eher für so Oberliga. Ja, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Na ja, man ist eigentlich ein bisschen anders, das stimmt, ja. Ja, also in der anderen ist dieses Auge fürs Detail, spielt sich aber auch dann in so Support-Sachen wieder und gerade Mannschaftssport, Gruppensport ist ja durchaus etwas, was da nochmal eine hohe Stellung hat und Schulclubs sind da normal, also da gehst du halt nachmittags eben in den Volleyball-Club, aber vielleicht auch in den Musik-Club oder sowas und na ja, ist das vielleicht eine Möglichkeit, wo sie auftreten können. Wobei, ich glaube, also nein, ich glaube, ein Marchingband bei einem Spiel ist einfach so störend, dass es ja eigentlich auch sehr rude ist eigentlich. Na ja, okay, ich mache gerade 4D-Schach und versuche zu denken, was der Mist in den japanischen Mentalität treibt, du könntest einfach googeln. Könntest du, könntest du tun. Oder fragt die Chat-Peter. Auch für mich ein gutes Beispiel Richtung Realismus versus Unrealismus, ich glaube, ich habe es schon mal hier im Podcast erwähnt, war für mich tatsächlich Prince of Tennis, auch ein Sportanime, der tatsächlich relativ humble und mehr oder weniger realistisch tatsächlich gestartet ist. So, ging auch um Schultennis und so weiter und dann gab es halt so, angefangen hat es mit dem Kick-Surf, das, 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 der quasi, das war so sein Signature-Move, der so ein bisschen assi ist, weil das quasi ein, ein Tennisball ist, der mit Slice gespielt wird, der quasi auf, grundsätzlich auf das Gesicht des Gegners zielt. Das geht, das, 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 das geht durchaus, im, im echten Tennis auch, das kann man so machen, ist gut, Skill-Thema. Da, da fing es an und eines meiner Highlights war eigentlich immer noch tatsächlich, ähm, Kaido Kaoru, ähm, The Snake genannt. Ähm, warum hieß er das Snake oder The Viper? Ähm, weil er ständig kurvige Shots gemacht hat. Also, basierend auf einem tatsächlich bestehenden oder real existierenden sogenannten Buggy Whip Shop, das ist so ein, auch ein Sliceball, der so ein bisschen kurvig ist und so ein bisschen in der Luft so, also, tatsächlich einen anderen Schlag eingeben kann. Aber was wir im Anime daraus gemacht haben, ist, ähm, dass der Ball so einen Drill hat, dass er quasi übers Netz geht und sofort einen Turnaround macht und im Netz des Gegners landet quasi. Also, er macht einen Kehrt. Also, ne, er macht eine Schlange einmal so, was dann nicht einem echten Buggy Whip Shop entspricht, das wird einfach komplett, äh, übertrieben. War aber sehr stylisch und sehr lustig vom, vom Konzept, wenn du einfach sagst, okay, ich schlag einen Ball aus dem Netz, aber der geht so, quasi sofort ins Netz des Gegners. Ähm, und dann fing es halt an. äh, es fing halt an. Nicht so wie der Sprungflatteraufschlag jetzt quasi bei Haiky, sondern wirklich so, es geht übers Netz direkt rein. Oder wie? Genau, also, Sprungflatteraufschlag ist quasi, ähm, ähnlich eines Buggy Whip Shots, ne, sowas gibt es durchaus in der Realität ja auch. Aber wirklich so, es wäre, es wäre, würde der Ball dahinter noch eine Kurve machen und sofort ins, das Netz des Gegners gehen. So, what the fuck? aber ist ein sehr lustiges Konzept, ähm, und, äh, dann, also, Pizzou Tennis hat so angefangen, mit Humble, mit irgendwie Leute, die so ein bisschen Data Tennis machen und das dann analysieren und dann quasi die, die, äh, den Gegnern komplett überanalysieren und so ein Kram. Aber es wird irgendwann, also, literally Dragon Ball Z mit Tennis, also mit, mit den, mit Sparkle und, und blonden Haaren oder, oder wehenden Haaren, dass Leute die Zukunft vorhersehen können und dir sagen können, dieser nächste, äh, Schlagabtausch wird nur 42 Mal gehen und dann hab ich gewonnen. Und weißt du, genau das ist der Punkt, wo es mich anfängt zu stören. Also, ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn ein Anime komplett unrealistisch ist. Überhaupt gar kein Problem damit, ne, sonst, äh, hätten wir alle auch gar keinen Spaß mehr am Anime gucken wahrscheinlich. Oder wenn so eine gewisse Unrealismusnote, wie jetzt bei Haikyuu oder Blue Lock oder so, wenn es immer so ein bisschen mitschwingt, das ist auch okay. Aber wenn ein eigentlich mehr oder minder realistischer Anime komplett abdriftet in was anderes und dann so total, ich würde schon fast sagen, bescheuert wird, also das weiß ich nicht, das würde ich dann halt auch nicht fühlen, weil das ändert ja auch den Mut, indem du diesen Anime guckst, also als hätten die Macher lieber die nächste Dragon Ball Z-Staffel gemacht oder so. Ja, genau. Und es wird dann auch sehr vorhersehbar, weil es dann eigentlich nicht um die Skills geht, sondern nur welchen Charakter musst du jetzt eigentlich gewinnen oder wie auch nicht. Und, ähm, also ich bin es trotzdem gefeiert, ich liebe es bis heute, aber, äh, das war so richtig so ein, so ein Fall-off, irgendwie so, dass es einfach crazy wurde oder zu crazy wurde, auch ein Stück weit, und weil es sich dann immer nochmal mehr machen musste. Und, was mich eigentlich, dass ich, ich kann mit viel Unrealismus leben, wo es mich aber dann wirklich stört, und zwar wirklich massiv stört, ist, wenn, die innere Logik eines, eines Mangas oder Animes, ähm, gebrochen wird. Also du kannst hier irgendwie Regeln aufstellen und sagen, okay, ähm, die, die unrealistisch sind, aber wenn sie dann in dem Anime damit, damit brechen, ähm, dann stört mich das auf einer sehr, ähm, verrückt, aus, ausgeliebte Art und Weise, und ich gebe ein wunderbar, mit Sicherheit bei vielen bekannten, ähm, äh, bekanntes Beispiel, Pokémon. Ähm, wer Pokémon gespielt hat, weiß, dass zum Beispiel Elektro gegen Boden-Pokémon grundsätzlich immun ist, oder, äh, nicht funktioniert, weil Boden-Pokémon sind gegen Elektro-Attacken immun. So, das weiß, also jeder, der irgendwie Pokémon gespielt hat, und grad, weil das Signature-Pokémon schlechthin ist, halt Pikachu ist ein Elektro-Pokémon, und ganz früher, damals im Anime, das hat mich als kleiner Stöpsel total gestört, gibt's dann den, den Kampf gegen Rocco, der ist Arena-Leiter, der Gestein- und Boden-Pokémon hat, und irgendwann wurde einfach irgendwie Pikachu so über eine Wassermühle überladen, dass seine Elektro-Attacken dann doch irgendwie gefruchtet haben und ein Onyx besiegt haben und ein Kleinstein besiegt haben, und was hab ich als kleiner Pimpf geraget? So, das geht doch nicht! Das, das, das ist unlogisch! So, nicht, dass die, nicht, dass die Pokémon haben, ist unlogisch, sondern, dass diese Attacke bei einem, äh, gestreit, oder, also, nicht nur nicht effektiv ist, sondern, ähm, bei einem Boden-Pokémon überhaupt durchgeht, da, äh, da, ähm, das, das fand ich eine bodenlose Unverschämtheit und, äh, ungerecht und, oder, ja, da war ich, da war ich. Eine bodenlose Unverschämtheit, fand ich sehr schön, passt gut zu Onyx. Ja, boah! Vielleicht war das der Grund, warum es funktioniert hat, aber, du kannst doch nicht Pikachu nehmen und sagst, oh, ich mach das jetzt stark und so weiter, dann soll er guten Tackle machen oder was auch immer, das geht doch irgendwie auch schwierig bei den Stellen-Pokémon, aber, ich wollte gerade sagen, dass Pikachu einen Onyx weg-Tacklet, also, das, äh, will ich auch nicht sehen, um ehrlich zu sein. Nee, und wir könnten mit dem Thema Pokémon noch sehr in die Tiefe gehen und die ganzen Beschreibungen von Pokémon nimmt, die auch zum Teil, ich will es hin, wo du irgendwie irgendein Magma-Pokémon hast und das ist irgendwie dröstig 1000 Grad heiß oder so und dann sitzt du auf Es-Schulter oder, oder, ja, oder ist eigentlich laut, laut, laut Pokédex irgendwie 80 Kilo schwer, aber, es hat so eine Hand, ja, da kommt der kleine Autistin mir hoch und sagt, Ich fühle das komplett und ich bin so froh, dass ich Pokémon als Kind geguckt und auch als Kind aufgehört habe, zu schauen. Also, wenn ich das jetzt noch gucken würde, ich wäre da genauso und das würde mich nerven, glaube ich. Mich nervt es ja allein schon, also, mein Beispiel, äh, von einem Anime, wo es mich gestört hat, wo der Umschwung kam, ist Dr. Stone. Dann, äh, Dr. Stone ist eigentlich ziemlich geil und natürlich ist es unrealistisch mit Sie werden versteinert, dies, das, ne, aber worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, der Hauptcharakter Senku, der versucht ja, die Zivilisation wieder ans Laufen zu kriegen und das macht er mit der Hilfe der Wissenschaft. Also, er baut sich, äh, Dinge, die ihm dabei helfen, ne, Leute zu entsteinern und, äh, generell, was man halt alles so braucht. Und das war am Anfang echt cool, weil du das, äh, ich hab das schon in einigen Folgen von, äh, geschwafelt, dass mich das genervt hat, waren am Anfang sehr, sehr cool, weil du es auch immer nachvollziehen konntest und weil es so kleine Sachen waren, die er gemacht hat, die auch nachvollziehbar waren. Aber das ist irgendwann in eine Richtung abgedriftet, wo es einfach so verdammt unlogisch war, dass er und seine Crew das jetzt aus dem Nichts sozusagen gebaut haben. Also, dass sie da anfangen, sich irgendeine Telekommunikationseinheit aufzubauen, Autos zu bauen und so weiter. Irgendwo ist der Punkt, da steigst du aus und da denkst du dir immer so, yo, alles klar, Senku, ich, I doubt it. Und das, das nervt mich dann extrem, weil ich fand das so geil, dass du da voll dabei warst und richtig mitgefiebert hast, oh, finden sie jetzt dieses eine Mineral, oh, können sie das bauen, schaffen sie es, geht irgendwas schief? Und dann einfach so, oh, wir brauchen jetzt das, wir brauchen jetzt ferngesteuertes Auto, wir brauchen jetzt eine Drohne und es ist einfach Fingerschnipps fertig. Und du denkst dir nur so, nein Leute, fucking nein, wir sind 2023, wir haben gerade mal vor einigen Jahren funktionierende Drohnen bekommen. Also, ich bitte dich. Ja. Pitch please. Ja. Ist einfach so. das sind dann so Sachen, da denk ich mir, nee, da habt ihr jetzt einfach mit dem, was es cool gemacht hat, gebrochen, weil ihr die Geschichte irgendwie vorantreiben wolltet, aber, nee, sorry, dann macht doch lieber doch noch eine Staffel mehr und lasst uns da mitverfolgen. Wahrscheinlich werden da auch irgendwelche politischen Sachen drin gesteckt haben, Druck vom Studio, Druck von wem auch immer, aber trotzdem komme ich nicht drum herum zu sagen, dass es mich echt nervt. Ja. Und gleichzeitig tut eine gehörige Position Realismus oder Nachvollziehbarkeit, also, einer jeden Story, für mich unheimlich viel Positives. Also, eigentlich, die nachvollziehbar realistischer ist, plus vielleicht kleine unernetzliche Überspitzungen oder so, oder du siehst irgendwie spicy machen, aber, es ist halt schon schön, wenn du es irgendwie nachvollziehen kannst, bei Heiko ja auch schönes Thema, wo du halt weißt, okay, das sind jetzt keine super Menschen, aber die haben quasi einfach sehr viel trainiert und deswegen können sie gewisse Sachen wie gut oder sind vielleicht vielleicht irgendwas talentiert, aber sind nicht over the top irgendwie, also außer natürlich dann, ja, es gibt auch over the top Charakter, aber die Prämisses hier eigentlich sind normale, normale Menschen, ähm, wobei mir auch jetzt gerade einfällt, da bin es auf Tennis irgendwelche 12-Jährigen, die halt irgendwelche Tennis-Profis komplett niederspättern oder sowas, das macht dann wieder ein bisschen kaputt, ähm, aber, ähm, ein anderes Beispiel, was ich gerne mitbringen möchte, wo es eigentlich, wo ich Realismus oder sogar den, mehr Realismus, als man eigentlich sonst gewohnt ist, wirklich total gefeiert habe, war, okay, es war am Anziehen, äh, Game of Thrones, kein Anime, sondern eine Serie oder Buch, das sieht von Eis und Feuer, aber, das, ähm, was einen bei der Serie so unfassbar catcht, ist, dass halt, ähm, naja, es gibt keinen, der irgendwie unantastbar ist, jeder Charakter kann sterben, jeder Charakter, äh, kann, äh, ganz furchtbares Leid durchgehen oder, ähm, es ist niemand sicher vor irgendwas, was man halt so in Fenty-Sachen nicht gewohnt ist, so, natürlich geht der Held irgendwie durch, er muss ein bisschen leiden, aber natürlich, weiß man, er kommt irgendwie an und, äh, Game of Thrones bricht dann mit allen Konventionen, ähm, oder auch zum Beispiel zeigt, anmerken, dass es in Game of Thrones auch Drachen gab und diese Eiswesen, ne? Genau, also, ne, also, ne, immer noch Fantasy, aber für Fantasy zum Beispiel hast du dann einen Weg gehabt, dass Leute quasi von A nach B einfach lange brauchen, normalerweise nur quasi werden, äh, die Dauerhaftigkeit von Reisen einfach ignoriert bei, bei, ähm, bei vielen Sachen und auch die Strapas, die damit einhergehen, wurden bei Game of Thrones durchaus gezeigt, wenn irgendwie, oder in den Büchern gezeigt, wenn du halt dann nichts zu essen hast oder wenn du nicht zu essen hast und nur harten Käse essen darfst, oder so, wie oft das Wort harter Käse in den Büchern drin vorkam, ähm, äh, Echt, das ist mir in der Serie gar nicht so aufgefallen, war das da auch so oft? Okay, es war eher eine Beschreibung der Bücher, das halt, glaube ich, eher in den Büchern, ne, weil ich, ich erinnere mich dran, dass es, glaube ich, vorkam, aber nicht, dass ich es öfter gesehen hätte, aber ich muss dir recht geben, also, bis auf die Drachen und die Eiswesen war das alles sehr gut, sehr realistisch dargestellt und das fand ich auch sehr cool. Wo es dann aber gestört hat, war, dass auf einmal das gebrochen wurde, weil zum Beispiel, ne, sind die meisten ja sich irgendwie einig, dass irgendwie die letzten beiden Staffeln doch irgendwie sehr anstrengend sind oder sehr, einfach die Qualität nicht mehr halten von den, in den vorherigen Staffeln, was unter anderem, glaube ich, auch für mich definitiv daran lag, auf einmal teleportieren sich gesamte Armeen von A nach B, wo die, wo die vorherigen Staffeln noch von, irgendwie von A nach B laufen mussten und, ähm, man sich die Zeit genommen hat und auch dann einfach zwischendrin, was passiert ist, auf einmal teleportieren, die hat man sich von, von Königstein nach, nach, äh, Rosengarten so, bumm, ja, eingenommen, bumm, auf einmal war der Pace anders, als man es gewohnt war, damit einhergehender anderer Realismus, weil natürlich kannst du halt eine Truppe nicht von den Tagen durchs Halbe Land oder durch den Kontinent irgendwie marschieren, ähm, und auf einmal, dann, dann fängt einen an, das zu stören, wenn auf einmal etwas, was man, was realistisch irgendwie wirkt, auf einmal dann einem genommen wird, man sagt, ähm, jetzt komme ich nicht mal mit, das ist zwar, ich soll etwas erzählen, okay, aber das Flair Worldbuilding leidet total darunter, ähm, ja, das kann ich gut nachvollziehen, gibt es denn eigentlich Realismus oder unrealistische Sachen in, in Romance Mangas, also bei Fantasy, bei Sportanime und sowas, ja, haben wir schon mal gute, gute Beispiele, jetzt bin ich gerade, gibt es, gibt es sowas auch irgendwie in Romance, Slice of Life zum Beispiel, wo ja auch viel mit Realismus gespielt wird, weil, oder modernen Sachen, die nachvollziehbar sind, und wo dann auch quasi, nicht Leute mit Superkräftem rumlaufen oder so, sondern einfach, äh, in ganz realistischen Szenarien irgendwo reinwachsen und dann damit umgehen müssen, hat ja auch einen komplett tollen Appeal. Ja, Slice of Life habe ich tatsächlich auch immer mal wieder versucht, einige zu sehen, aber ich bin da nie so richtig mit warm geworden, liegt aber, glaube ich, auch mit so an der Tatsache, dass, äh, Slice of Life ja meistens, also, ich glaube, mittlerweile könnte es schon anders sein, aber wo ich in meiner Zeit war, wo ich da Bock drauf hatte, äh, da wurden sie noch nicht übersetzt und da hattest du die nur auf Japanisch und wenn du dann halt einen, ja, sagen wir mal, mehr oder minder langweiligen Handlungsverlauf hast, dann bist du auch nicht gewillt, äh, 100 Folgen lang, weil die gehen ja meistens oft relativ lang, äh, da Untertitel zu lesen, und da sind wir auch beim Punkt, langweilig, das, was richtig realistisch ist, ist meistens langweilig, weil das haben wir ja jeden Tag, aber, wieder so ein bisschen Realismus reingeeditet, wie beispielsweise bei SOM 100, ne, wo es ja auch anfängt, äh, wo ich total zu relaten konnte, das macht es dann natürlich wieder cool, weil du erkennst dich darin wieder und dann, dann passiert, was unvorhergesehen ist. Mhm, das stimmt. Wobei ich tatsächlich ein bisschen widersprechen muss, und sage, gerade wenn es ein gut gemachtes Slides of Life Anime ist, zum Beispiel Judo Camp, ist für mich ein tolles Beispiel, da macht der Realismus sogar sehr viel Spaß, der Struggle mit dem Zelt aufbauen, oder, ähm, aber da werden, da werden aber auch wieder, wie gesagt, dann Sachen eher, die realistisch sind, aber mit einem ganz anderen Auge betrachtet, dann wird eben die gemütliche kleine Suppe halt, also, da wird dann sehr viel Raum eingebunden und, also, mit Atmosphäre gemacht, dass auf einmal, man lecker Essen vor sich sieht, gemütliches Setting, da sitzt dann irgendein Mädel am Sternenhimmel und, äh, machst was total Mondanes, finde ich tatsächlich nicht langweilig, sondern sogar mega, mega chillig, aber es liegt dann auch eher daran, dass, äh, nicht die Story im Vordergrund ist, ähm, sondern im besten Fall der Charakter, den man irgendwie sympathisch findet, oder auch eher einfach Setting und Atmosphäre, und, äh, da kann man mitreden, das muss, glaube ich, ganz, ganz gut punkten und spielen. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, den Anime habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste, weil ich glaube, du hast den mal erwähnt und ich fand die Artworks so cool und hatte ihn dann mal auf meine Liste gepackt, aber leider hat er es da auch noch nicht runtergeschafft. Also tatsächlich, wenn es ein ZSF Live-Anime gibt, den ich empfehlen würde, oder die ich glaube, auch Leuten außerhalb des Genes gefallen könnte, ähm, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, weil es ist ja relatable. Das klingt doch schon mal gut. Also ich finde auch diese, die Anlehnungen an den Realismus sind immer gut, also beispielsweise, äh, Plastic Memories, auch ziemlich underrateder Anime, aber wirklich sehr, sehr cool, wo es ja auch darum geht, dass Androiden, ähm, mit Teil der Gesellschaft sozusagen werden und, äh, wo du quasi einen Service-Mitarbeiter verfolgst, der diese Androiden sozusagen wartet, verwaltet, guckt, dass da alles glatt läuft und, da verschwimmen dann halt die Grenzen so ein bisschen zwischen Android und Menschsein, genauso wie es halt auch bei Nie Automata ja teilweise der Fall ist. Und das ist dann halt wiederum ganz cool, weil wir sind ja gerade gesellschaftlich am Punkt, wo wir nicht mehr ausschließen können, dass sowas kommen wird. es ist ja, äh, beispielsweise auch Westworld. Das ist jetzt kein Anime, sondern, äh, eine Serie und auch früher, äh, ein alter, aber sehr, sehr guter Film. Und die Serie kann ich auch nur empfehlen, aber man muss da echt extrem aufpassen, weil die Handlungsstränge, das eskaliert ziemlich schnell sehr stark. Aber es ist extrem interessant, weil bei Westworld ist es beispielsweise so, dass es ein Vergnügungspark gibt, in dem diese Androiden sind. Und als normaler Mensch kannst du, ähm, kannst du diesen Park besuchen und kannst da machen, was du möchtest. Also, du kannst die halt auch einfach erschießen, wenn du willst. Du kannst die vergewaltigen. Du kannst deine schlimmsten Seiten dort ausleben, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch ganz normal mit den Acton, ne? Aber ihr könnt euch vorstellen, die Menschheit ist schlecht. Es ist ziemlich wild dort zugegangen. Und da kommt dann halt immer so dieser, dieser Aspekt so, okay, sind das wirklich Androiden? Oder haben die auch irgendwie, verwischen da nicht irgendwann die Grenzen, wenn sie zu realistisch sind? Und das, finde ich, ist halt so ein sehr gutes Beispiel, wie das Ganze sich entwickeln kann und wo quasi Realismus auf Unrealismus trifft, aber wo es in diesem isolierten Setting halt echt super interessant zu beobachten ist. Und das hat sich auch die Firma gedacht, die diesen Park ins Leben gerufen hat. Das ist ein Riesenexperiment und das ist supergeil. Also wer auf sowas steht, guckt das auf jeden Fall mal an. Das ist die perfekte Serie für dieses Thema. Spannend, in der Tat. Ich überlege es gerade, ob ich irgendwelche, es ist ja immer so Romance-Titel einfallen, wo Realismus oder Unrealismus eine Rolle spielen, zum Beispiel irgendwie, wo es eben zum Beispiel außerhalb von irgendwelchen Hollywood-Stereotypen läuft, man irgendwie einfach sagt, okay, so ist das echte Leben. So ist halt nicht immer alles toll oder wo es ist. Wie heißen denn hier diese typischen Romance-Anime hier? Nisekoi zum Beispiel. Hab ich halt nie geschaut. Tora Dora? Ebener Boy Stuff. Ja, stimmt. Du guckst immer nur die Boy Stuff-Geschichten. Ich bin ehrlich, die sind ja zum Glück sehr realistisch, weil wir wissen ja, dass quasi alle schwule Jungs sehr spitze Kinder haben zum Beispiel und wir haben komplett verteilte Rollenverteilung. Da brechen wir auch niemals aus. Würden wir niemals tun. Das ist sogar aber verboten. Das ist ein Kodex bei uns. Ja, ja. Aber, okay. Vielleicht ist Boy Stuff ein ganz gutes Thema in der Richtung, weil es, ähm, ja. Eigentlich, okay. Eigentlich ist es für mich ein Beispiel, wo Unrealismus einfach Spaß macht. Ich habe zum Beispiel, ich habe totalen Spaß an den Rollenverteilungen, Unkusthemen und sowas. Ich habe auch an den Charakterdesigns total viel Spaß, die ja doch immer sehr andere Gühnen sind und sowas und das ist in der Realität halt total die Seltenheit, ne. Aber, ähm, ja doch. Ich glaube, Boy Stuff ist sogar ein Punkt, wo mir gerade der Unrealismus doch sehr viel Freude mit reinbringt und, ähm, mich eigentlich so, ähm, zu starke Orientierung an der Realität gar nicht mal so spannend fände. Wobei ich mir tatsächlich, okay, aber ich würde mir vielleicht doch manchmal wünschen, etwas realistischere Szenarios oder, kurz, Schulromanzen gibt es tausendfach, also im Manga-Bereich gibt man, hat man viele realistische Szenarien, ähm, aber, ja, da muss ich sagen, habe ich an den, an den unrealistischen Themen auch einfach Spaß, das ist, es ist einfach gut. Es spannt sich eher diesen Unrealismus auch in unsere Welt, ne, dass man da ein bisschen mehr reinkommt in diese Thematik, ne. Ja, ich will es nicht zu spicy werden, aber da gibt es ja einige Sachen, das würde so viel, für so vieles einfacher machen, wenn das laufen würde wie Manga, mein Gott, oh, aber das gehen wir nicht, gehen wir nicht zu tief rein. Oh boy, oh boy. Ja, aber ich, so klar, ich bin ganz klassisch Romance-Anime oder Manga, der, aber doch, ich hätte ein Beispiel, wo es gerade um Realismus und sowas das Setting gut gemacht hat, ist sogar ein Boy-Stoff-Titel, Whispering Blue von Chasm, das ist ein deutscher Manga sogar, der hat halt auch in einer Rom-Station in Nordreich irgendwie spielt und das war einfach schön zu sehen an so einem relatable Ort, ähm, Leute etwas tun zu sehen, was halt im echten Leben auch getan wird, also Rom pflegen oder dort irgendwie sich kümmern, aushelfen, da gibt es halt ein bisschen Romance-Aspekte mit bei und Love Story, aber das ist halt auch schön, dass du einfach mal, ja, sogar zum Ort hinfahren kannst und sagst, hey, guck mal, hier hat das gespielt, hat auch was für sich. Wenn wir jetzt schon bei realistischen Boy's Love Titeln sind, da muss ich natürlich auch noch einfach im Stapel lassen, ne, ich kann mir ja nicht den Rang hier ablaufen lassen, und zwar habe ich letztens gelesen, den Second Virgin, keine Ahnung, ob du den kennst, die? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, sehr gut, da musst du es auf jeden Fall nachholen, da geht es darum, der ist auch komplett im realistischen Setting und da war es halt cool, weil die sich was Interessantes rausgepickt haben und das war echt cool und zwar der Hauptcharakter sitzt am Anfang in einer Bar und kippt sich quasi ein Bier nach dem anderen rein, weil er ein traumatisches Erlebnis verarbeiten muss und das traumatische Erlebnis war, er hatte das erste Mal mit einem anderen Jungen Sex und das hat nicht so ganz funktioniert, er wurde danach quasi als toter Fisch und du kannst gar nichts und so weiter beleidigt und das ging dann halt auch direkt auseinander mit den beiden und ja, warum wohl? Er hat sich dann mit seinem besten Freund da, er sieht aber verdammt gut aus, ne, das muss man sagen, also da, Scheiß auf toter Fisch, ey, wäre mir sowas von egal. Obwohl, nein, ein bisschen Action muss schon sein, aber wie dem auch sei, stellt sich halt raus, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, aber er war dann halt gerade so in der Bar, hat sich dann mit seinem besten Freund ein bisschen das Ganze wieder schön getrunken und hat dann so aus Spaß gesagt mit seinem angeschwipsten Dasein so, ja, vielleicht sollte ich einfach Pornostar werden, dann lerne ich, wie es läuft und dann sieht der Typ mich da quasi im Porno und denkt sich, shit, das hätte ich haben können, ne, und naja, auf einmal wurde das zu einer guten Idee und er hat sich halt beworben, ne. Cooles Setting. Da hat man sich dann auch gedacht, so, ja gut, aber als toter Fisch geht das nicht klar, ne, da musst du erstmal trainiert werden sozusagen und ja, darum geht es dann so ein bisschen, gibt dann auch noch Verwicklungen zu seinem damaligen Freund und das ist echt ganz cool erzählt und war bis zum Schluss hin, hätte so stattfinden können, ja. klar, ein bisschen so, du denkst ja nur so, okay, diese Verwicklungen, klar, es ist ein bisschen überspitzt, aber es hätte trotzdem so stattfinden können, ja. Das fand ich sehr cool und tatsächlich auch eine Empfehlung, wenn man auf sowas steht. Ah, das ist ja cool. Ja, also, eine gute Passion, Realismus kann auch sehr viel Gutes tun oder dass man sich auch dem Charakter einfach näher fühlen kann. Ähm, das verlegte ich gerade was so. Unrealismus kann dir einen Charakter auch entfremden, finde ich. Und zwar, Beispiel, Demon Slayer. Damit will ich jetzt gar nicht auf das Setting eingehen, sondern auf die Darstellung der Charaktere. Und zwar wird in Demon Slayer sehr überzeichnet, also. Ja, ja. Es gibt kein genialeres Stickerpack für, äh, Telegram als von Demon Slayer. Gibt es einfach nicht, weil es einfach so abnormalst überzeichnet ist. Das ist bei Tanjiro noch cool, weil er einfach so ausdrucksstark dadurch wirkt, finde ich. Ähm, also es sind dann einfach Szenen, wo er total eskaliert oder sonst irgendwas macht, aber es gibt diesen einen Charakter und jeder, der Demon Slayer geguckt hat, weiß, welchen ich meine. Nein, ich meine nicht Inosuke. Äh, ich meine Senetsu. Ja, Senetsu, ja. Senetsu ist so massivst überzeichnet und dann auch noch mit seiner heulerischen Art. Das ist so anstrengend und das Schlimme ist, ich mag den Charakter trotzdem, aber es ist so anstrengend, wenn du, wenn du da wieder siehst, wie er da von Nesco rumkullert und so weiter, denkst du immer so, Digger, krieg's doch mal zusammen. Das hat es mich auch so kaputt gemacht. Das hat so, oh, blonder Charakter, wird vermutlich mein Liebling werden, okay. Nein, nein, nein. Tanjiro ist Good Boy. Ähm, ich freue mich auch sehr, den Sprecher auf der Lukumi kennenzulernen, weil, na, Tanjiro ist schon mein liebes Charakter geworden, ein Demon Slayer, aber, 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 ich hatte so viele Erwartungen und sie wurden gecrusht. und sie haben ihn dennoch auch mit einer guten Portion Unrealismus sein Outlet genommen, also seine Möglichkeit nochmal zu glänzen, denn er ist ja krass, wenn er kämpft, nur leider schläft er, wenn er kämpft und du denkst dir nur so, oh, wow, das ist irgendwie nicht cool, also ich find's cool, wenn er so eskaliert, aber ich find's kacke, dass er dabei schläft und dass er das dann quasi nicht mehr weiß. Ja, genau, also er ist ja vom Design her dadurch hecht und es tut mir leid für alle Fans, aber er ist halt wirklich lame, also, selbst, selbst wenn er cool ist, ist er lame, weil er einfach schläft und irgendwie triggern muss, das heißt, solange er wach ist, solange er in seiner heulerischen Art ist, naja, kann er nicht mal richtig kämpfen, so, ähm, was willst du da mit ihm, so, ja, du kannst ja auch nicht auf die Idee kommen, so, ja, wie triggere ich das, dass jetzt, dass er einschläft und hier ausrastet, kannst du, ne? Ja, zu den. Also, das hat mich, also dieses Überzeichnete, das hat mich echt so ein bisschen gestört, also es ist genauso wie Minitar in My Hero Academia, ne? Ja, ja, ja. Das ist teilweise, also, es ist ganz witzig, manchmal, aber teilweise ist es auch echt doll. Ich glaube, es ist sogar etwas, was mich generell, also, was ich an Serien und Filmen schätze oder auch nicht schätze, wenn Charaktere einfach sehr unrealistisch sind oder auch, wenn sie dann nachvollziehbar sind, weil, ähm, na gut, eine Million Serien und Filme und auch Alibi da draußen könnten einfach, ähm, hätten, wären sehr schnell vorbei, wenn einfach die Leute halbwegs normal miteinander interagieren würden oder nicht, oder miteinander reden würden, fast alle Plots basieren auf irgendwelchen dämmlichen Missverständnissen, ähm, auch ein gutes Beispiel, sehr modernes Beispiel, Free, ne? Wenn Leute einfach noch ein bisschen normal miteinander reden würden, wären ja alle wieder schnell vorbei, weil die Story dann ist. Free ist so super, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du es nicht kennst, dann rette ich dir jetzt sehr viele langweilige Abende, und zwar 50% Off heißt das, ist eine Free-Parodie, gibt's auf YouTube, soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist absolut genial, also da sind die Folgen runtergedampft auf ein paar Minuten und anders nachsynchronisiert, also so nach dem Motto, was du denkst, was passieren könnte, es wird zum Schluss ein bisschen absurd, aber allein die ersten paar Folgen, das ist so fucking genial, also dieses Makoto x Haruka, das wird da extrem gepusht, also extrem, extrem, gute, gute Wahl, gute Wahl, bestes Peer, obwohl ich Nagitsa-Fan bin, aber die beiden gehören zusammen. Und alle, alle. Wurde irgendwie in der ersten Folge ja seinen Haruka aus seinem Haus rausholt, ne, und da ist ja die Oma, irgendwie, die an der Treppe steht und irgendwas zu ihm gesagt hat, keine Ahnung, was sie im Anime gesagt hat, aber in dieser Parodie hat sie einfach gefragt, so, ja, gehst du deinen Freund besuchen oder so, ne, und er dann so, nein, nein, und sie so, you're not fooling anyone. Cute. Richtig gut. Oder sie gehen nebeneinander, also Haruka und Makoto, und Haruka ist die ganze Zeit so bei erversen Gedanken mit sich und dem Ozean, nicht mit Makoto. Und Makoto halt mit sich und Haruka, ne? Richtig gut. Es hat halt legit so die Charaktere geschrieben und, ähm, ja, es ist für Makoto zum Beispiel etwas sympathischer, weil er halt ein bisschen realistischer ist und ein bisschen besonnener auch, ähm, während, äh, Haruka lieb ich eigentlich vom Design und vom Aussehen her, er ist halt ultra cute, aber, ähm, das quirky, weirde ist halt ein bisschen manchmal einfach zu, äh, genau, zu unrealistisch, also, so, als Joke, er sitzt hier in der Badewanne, er möchte immer Wasser haben und ist da sofort im Wasser, das ist ein paar Mal ganz witzig, aber wenn irgendwie alles sich darum irgendwie dreht, es ist halt, so ist kein Mensch normalerweise und es ist auch ein bisschen, ähm, ah, ja, äh, platt gezeichnet auf dem wilden Sinne und dann unrealistisch platt gezeichnet, ähm, Es war beim ersten Mal noch lustig, wo er sich vom Aquarium ausgezogen hat, ne? Aber dann denkst du auch irgendwie beim dritten Mal so, ja, okay, wir haben es verstanden. Ja, hast du auch noch andere Charakter-Trails? Nein, oh, du bist Hauptcharakter, es wäre schön, wenn, ne? Und ja, und halt alles quasi, wie gesagt, die gesamte Free-Anime basiert basically auf irgendwelchen Missverständnissen und das ist halt auch, es ist realistisch-unrealistisch, ja, Menschen mit ländlichen Beziehungen sind schwierig, aber, ähm, trotzdem, es ist halt ein bisschen anstrengend, wenn halt, oder klassiker, so Horrorfilme, ihr redet miteinander, glaubt einmal irgendwie, zum zehnten Mal irgendwie in einem Horrorfilm zu sehen, so, es gibt offensichtlich Anzeichen von irgendeinem Vieh, was mit einem Haus äh, äh, gastiert und dann zum zehnten Mal, äh, nach, nach anderthalb Stunden Filme zu hören, nein, nein, das ist nur der Wind, äh, oh, du bist verrückt, und, ach, man, und zwischendurch immer der Blick aufs Handy, so, oh, kein Empfang, upsie, neunzig Prozent Netzabdeckung auf der Welt, kein Empfang, was los? Was los hier, ne? Also, ja, also, klar, fairerweise ist es auch schwierig, viele Storys zu schreiben, wenn du es richtig machen möchtest und halt nicht, weil sonst entstehen viele Konflikte einfach nicht und so ein Anime oder ein Story lebt ja auch gewisserweise vom Konflikt, wobei, 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 Slides of Life an mir zeigen, dass es nicht notwendigerweise immer um Konflikte gehen muss, aber, ja, in einer normalen Story durchaus, äh, tun sie ja dem Ganzen was Gutes, hm, das Schöne ist, dieser Konflikt, der ist auch direkt erste Szene bei dieser Parodie, von der ich erzählt habe, das ist wundervoll, wo du gerade bei Free warst, da ist mir was eingefallen, was mich auch noch so gestört hat an Free, also, ich fand Free cool, keine Frage, ja, es ging ja auch irgendwann zum Schluss, dann wurde es halt einfach absurd, so, ja, du machst jetzt hier bei der Weltmeisterschaft mit was los, ne, einfach mal so von 0 auf 100, aber, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern, dieses Simpen für Harukas Schwimmstil, weißt du, der springt ins Wasser und alle so, oh mein Gott, hast du das gesehen, hast du gesehen, wie er hier schwimmt und du denkst dir so, ja, er schwimmt offenbar gut, ne, aber, wow, was siehst du, was ich nicht sehe? und ich, ich sehe es ja mehr, weil für mich wird es ja nachgezeichnet, ich kriege da irgendwelche Funkelsternchen dran und dann sieht er auf einmal aus wie ein Delfin, das sehen die ja alle nicht, also, ich sehe mehr das, was die sehen wollen oder sehen sollten, so wie die dafür sind. Nagisa sieht es vielleicht, weil, Nagisa sagt Nagisa, ja, es ist, ja, also, es müssen doch Charaktere irgendwie halbwegs realistisch sein, dann machen sie auch wirklich Spaß, auch quasi so, so Main-Character-Syndrom, wenn halt irgendwie der auf einmal alles kann, das hat mich früher immer sehr gestört, ähm, wenn halt, wenn du Hauptcharaktere hast, die einfach so Mary-Sue sind, ähm, und im echten Leben, gibt es halt keine Mary-Sue, du hast halt deine Ecken und Kanten und du hast, es geht auch nicht immer alles gut und, das ist aber, da, aber fairerweise, okay, das ist aber etwas, was ich finde, was ganz häufig jetzt doch in Animes gut umgesetzt wird und so im klassischen Hollywood-Film einfach gar nicht, oder auch sogar zunehmend immer schlechter, ähm, dass du einfach im Anime einfach mal, ähm, ja, Szenen und Sachen hast, wo es halt eben nicht immer bergauf geht, und der klassische Beispiel ist ja auch, wo wir glaube ich auch schon darüber geredet haben, in Haikyuu, spoiler ahead, ein bisschen, aber sag mal, wo sie an einem sehr zentralen Kampf oder, oder, oder Spiel, Season-Final, na, oh Gott, sorry, spoiler, 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 hört kurz weg, ähm, dann halt verlieren, auch ziemlich unerwartet, sogar ich hab die, so, wait, ist ja bald jetzt gerade, aber dann ist doch vorbei, so, und, aber so ist das Leben, so, es geht nämlich immer alles gut und das war dann, dann die heulen Gesichter am Schluss zu sehen, war so, natürlich heult man mit, aber, das war so erfrischend, weil es nicht immer nur, ähm, ähm, bei Prince of Tents gewinnt halt, dass das Hauptteam halt immer, und du weißt, dass es immer gewinnen wird, weil das halt die, die, ähm, ja, der Lauf der Dinger ist, und der Make-Correcter gewinnt auch irgendwie gefühlt, dieses Spiel, du weißt halt, okay, wenn der dran ist, wird er halt gewinnen, so, das macht's halt unrealistisch und dann auch nicht so spannend, aber wenn du halt nicht weißt, ob das jetzt gut oder schlecht ausgeht, du fieberst ganz anders mit. Bei Haikyuu fand ich auch, dass die Matches da zumindest nachvollziehbar waren, ich meine, es gab, klar, es gab diese Mannschaften, die so überstark dargestellt wurden, wie Shirato Wissawa jetzt zum Beispiel, aber es war trotzdem immer noch nachvollziehbar, dass sie gegen die spielen, es war jetzt nicht so, okay, die kleinen, äh, Oberschüler da, spielen jetzt gegen die japanische Nationalmannschaft, oder so ein Punkt, ne, so wie es bei, äh, Free eskaliert ist, ihr schwimmt jetzt einfach mal um die Olympiade, was los, ne, ja, kann man mal machen, das war halt so, wo kam das her, das, da wollten sie einfach ein Finale mit dem Knall haben, den haben sie auch bekommen. Und selbst die starken Charaktere bei, äh, äh, Haikyuu haben ja auch Fehler gemacht, da ging dann nicht jeder, jeder Schuss rein, oder sonst was, sondern, so, über, übertreibt doch mal eine, und dann geht dabei halt komplett nichts aus, und, ja, schön mal zu sehen, das ist dann, also so ein bisschen, realistic, layer mit rein. eine gewisse Portion, finde ich, darf auch einfach nicht fehlen, weil ansonsten kannst du überhaupt gar keine Bindung zu dem Charakter aufbauen, weil er dann ja immer nur, er kriegt ja immer nur positive Feelings, und wir wissen alle, dass das Leben leider nicht so funktioniert, und wie sollst du dich dann irgendwie mit diesem Charakter verbunden fühlen, wenn ihr einfach alles gelingt. Und das ist jetzt auch so ein kleines Problem, dass sich My Hero Academia gerade ranzüchtet, denn, also nicht, dass dem Charakter jetzt alles gelingen würde, ähm, aber, sie haben ganz cool angefangen, ne, Isoko Midoriya, der kleine Junge, der keine Superfähigkeit bekommen hat, wie gefühlt jeder andere in dem Anime, und er muss sich alles erarbeiten, kriegt er natürlich doch, ne, wir kennen die Geschichte, kriegt er ja doch eine Fähigkeit, aber kann sie nicht benutzen, weil sein Körper nicht bereit ist dafür, und muss sich dann erstmal aufleveln sozusagen, muss seinen schwierigen Weg machen, wir verfolgen ihn sechs Staffeln lang, wie er versucht, diese Kraft auf 100% zu ballern, und dann auf einmal, so, ey, übrigens, an der Kraft sind noch die, 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 die und die Fähigkeit dran, die hast du jetzt übrigens alle, oh, und morgen kannst du sie übrigens auch alle ziemlich perfekt, viel Spaß, und du denkst dir nur so, holy crap, that was too fast, way too fast, und das stört mich da gerade so ein bisschen dran, es war einfach schön zu sehen, wie es sich entwickelt, aber denn dieses Fingerschnipsen, und jetzt ist es da, das, das ärgert mich, das ärgert mich sehr, und das ist nur ein Beispiel, jetzt ist es in vielen Animes ja leider so. Aber vielleicht mal ein gutes Beispiel, wo aus einem sehr unrealistischen Setting, oder einem sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlichen Setting, aus einem unrealistischen Setting auf einmal eine ganz gehörige Portion Realismus mit reinkam, oder, ähm, ich sag mal, einfach nur, weil die Perspektive geändert wurde, Jinkai Kino Kyojin Attack on Titan, ne, man denkt, es geht irgendwie um Titanen und sonst was, und, 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 ich hoffe, ich spoilere jetzt auch hier nicht zu viel, wenn man da aber quasi den Horizont erweitert und auf einmal sieht, okay, ja, es gibt diesen Titanen, jeder hat es gesehen, jeder hat es gesehen. Spoiler-Warnung, ähm, aber, ich hoffe auch, dass mittlerweile alle die Manga und den Anime so weit gesehen haben, dass wir zumindest an der Stelle sind, so, auf einmal sieht man, hm, ja, kleine Menschen und Titanen, und, okay, ein paar von den Menschen können selber Titanen werden, okay, aber auf einmal trifft dieses Fantasy-Szenario, was die ganze Zeit aufge, äh, gepackt wurde, auf ein realistisches Welt-Szenario, auf einmal hast du, das ist diese eine Insel, da gibt es halt Titanen, aber der Rest der Welt ist halt, naja, eigentlich normal, die haben halt einen technologischen Fortschritt, Zeppeläne und was auch immer, und, ähm, sind halt dieser übernatürlichen Bedrohung, und Bedrohung aus ihrer Sicht irgendwie ausgesetzt, krasser Perspektivwechsel auf einmal ist ein, ziemliches Fantasy-Szenario, was auch aus so einer Miesigkeit kommen könnte, trifft auch so ein echte Welt-Ding, gemischt natürlich mit, mit der, äh, mit der Fantasy-Komponente, aber, der, der Ton des ganzen Anime-Mangas hat sich auf einmal total verändert, es wurde auch viel politischer und irgendwie, die, ähm, aber die Perspektive war auf einmal eine ganz andere, auf einmal guckst du aus der Perspektive von normalen Leuten, ähm, in Richtung einer Titanen-Insel, und das fand ich auch sehr spannend vom Wechsel her, äh, zwar sehr verwirrend, ich komme immer wieder durcheinander eigentlich, äh, wer welche Partei ist, und wer, äh, unterdrückt wurde, und wer nicht, ähm, aber, ähm, total spannender Perspektivwechsel, und ich glaube, das hat viel auch dem Manga reingebracht, ähm, was er, auf einmal nicht erwartet hätte. Ich glaube, du hast gerade das beste Gegenbeispiel genannt, was man hätte nennen können, das war, also, ich fand das auch mega, wie sich das geändert hat, weil du hast die ganze Zeit Levi beispielsweise gehabt, ne, wie er da mit seiner 3D-Manövre, Ausrüstung da rumgeturnt ist, ein Titan nach dem anderen weggeschnetzelt hat, fast schon tänzerisch, spielerisch, ne, hat mit denen gespielt, oder hätte es können zumindest, ne, und du denkst dir immer so, Junge, läuft bei dir, du bist der krasse Überking sozusagen, ne, und dann hittet ihn ein Stück weit die Realität, und er steht da, und man denkt sich so, ja, okay, 3D-Manöver-Gear, ähm, wird doch nicht viel bringen, ne, dann kommt es doch nicht so viel weiter. Don't bring your knife to a gunfight, ne, ja. Ja, genau. Es ist einfach so, und du denkst dir nur so, holy crap, das ist interessant, es ist kacke für ihn, aber es ist verdammt interessant geworden, durch Realismus, wo ich ja am Anfang noch gesagt hab, dass ich es genau andersrum seh. Ja, ganz genau, ganz genau, bei uns schon zum Beispiel, ja, was bringt dir eigentlich deine Titanen, wenn der Gegner Zeppelin hat, so, du kannst ja, klar, man ist gewohnt, man hat irgendwelche Kanonen, und so, fast schon mittelalterliche Züge, auf einmal trifft das auf das Moderne, und das, das, das auf einmal ist der, die Power-Dynamik, komplett um, klar wird sie ja am Schluss immer komplett, anderweitig auch mit, mit, mit Fantasie quasi, ähm, verändert, aber, ähm, hier wird wirklich mit realistischen Szenarios, die Mood eines kompletten, ähm, Settings, auf den Kopf gestellt, und sogar eigentlich mehrfach, also, kudos an Yamaha-san für, ja, auch dieses Meisterwerk, das er halt, das geschafft hat, auch für, ähm, für Manga-Verhältnisse ungewohnt, und, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum, glaube ich, Anime immer beliebter geworden ist, du hast halt, nicht einfach nur diese dämlichen Formeln, du hast, jeder Hollywood-Movie hat gefühlt dieselben Formeln, die Marvel-Movie, du weißt, wer am Schluss gewinnt, und wer, wie was, und vielleicht gibt's einmal ein Opfer oder so, aber, du weißt, wie der Hase läuft. Ja, es ist diese klassische Reise des Helden halt, ne? Genau, und das hast du dann halt bei vielen Anime-Titeln, dann oftmals nicht, und das ist so erfrischend, das ist so erfrischend. Das war bei Attack on Titan, da merkst du halt auch, dass es von Anfang bis Ende durchgeplant war, also, wenn du den Anfang kennst, kennst du im Prinzip das Ende, und, das ist schon, das war richtig krass, das zu sehen, also, das hat mir alles weggenommen, also wirklich, also echt krass, und jeder, der es nicht hundertprozentig verstanden hat, oder sich nicht ganz sicher ist, googelt einfach mal, äh, Meaning vom Ende, also, lest das ruhig nochmal nach, dann, da ist echt viel passiert, damit ihr das auch wirklich vollends versteht, weil das ist schon echt krass, was da abgeliefert wurde, das, wow, also wirklich, einer der besten Animes seit, seit ever, und auch von allen, die noch kommen werden. Absolut, hat auf jeden Fall, äh, große Spuren hinterlassen, und eine hohe Messe hatte gezogen, in vielen Sachen, ähm, ja, also, ich muss sagen, dass dieses Spiel, Unrealismus, Unrealismus, halt in Anime eben auch einfach sehr erfrischend ist, und, das Genre auch, glaube ich, sehr am, aktuell hält, und, äh, gerade mit Hollywood, was immer, immer mehr stale wird, immer mehr, äh, es gibt ja halt diese große Debatte um, um Wish und sowas, wo einfach der Hauptkritikpunkt ist, es ist irgendwie, es könnte auch nur commercial sein, es ist einfach, es hat wenig, wenig Seele, aber du hast echt noch viele Anime-Manga, nicht alle, um Gottes Willen, es gibt auch viel, sehr kommerziellen Kram, sehr, banalen Kram, ähm, aber, du hast immer wieder so Perlen mit drin, wo du denkst, okay, das, äh, diese Erzählweise, diese, ähm, dieses, dieses Spiel von, 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 äh, Einflüssen, das ist erfrichtend, das ist neu, cool. Finde ich sehr, sehr schön, wie du es gesagt hast, und ich fasse für mich zusammen, ich mag wirklich den Unrealismus, der gibt mir was, was ich in dieser Welt nicht bekomme, aber, durch dein Attack on Titan Beispiel, wäre ich nie drauf gekommen, den zu nennen als Beispiel, ähm, merkt man auch, dass auch genau das Gegenteil manchmal gut tut, also das, was du, wenn, wenn mit etwas gebrochen wird, was die Regel war, Levi ist der krasseste, das war die Regel, das war gesetzt, und dann hittet ihm die Realität, und hat einfach so ein komplett neues Bild eröffnet, das Spielfeld einmal, umgeräumt, das, äh, die Karten neu gemischt, wenn man so will, das war schon, echt cool, und, ähm, ja, hat mir auch so ein Stück weit eröffnet, dass es auch der, manchmal der Realismus sein kann, der Sachen interessant macht. Mhm. Finde ich ein gutes Schlusswort tatsächlich, weil da, ähm, da kann man, glaube ich, eigentlich gut, ja, also ich muss sagen, ich bin richtig melancholisch geworden dadurch, ähm, mich immer interessieren, wie quasi die Zuhörer das so stehen, auf was, was, dass es noch für andere coole Beispiele gibt, die, ja, einfach, die überraschend waren, die einen inspiriert haben, angefangen von dem typischen Dragon Ball Z-Muster, alles muss immer krasser werden, und irgendwie, jede Regel wird irgendwie gebrochen mit der Zeit, bis hin zu, ja, ähm, Sachen, die neue Regeln definieren, oder Realitäten definieren, die Bandbreite ist ja immens groß, wenn ihr eine Möglichkeit habt, schreibt mir in die Kommentare, auf YouTube, würde mich mal interessieren, was ihr noch für Beispiele dazu habt. Ja, mich auf jeden Fall auch, und wo wir gerade so schön bei, äh, Realismus waren, habe ich direkt eine Idee für unser nächstes Thema, für den nächsten Podcast vielleicht, und zwar, könnten wir mal über Realverfilmungen reden, oh, denn da ist ja gerade eine ziemlich krasse rausgekommen, vor ein paar, oh, jetzt schon Monaten, ne, ja, ist ja schon ein bisschen her, reden natürlich von One Piece. Oh ja, stimmt, habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil fairerweise, ich habe auch One Piece, den Anime, teilweise geschaut, also wirklich mittendrin, so ein Arc mit, naja, das große Arc um Ace, wo alle, alle geweint haben, ähm, aber, äh, das habe ich zum Teil geschaut, und sonst eigentlich nicht viel, und bei der Anime, äh, bei der, bei der, bei der Netflix-Verfilmung, muss ich mal überlegen, ob ich mir das geben will, oder kann, ähm, aber die ist ja wirklich gut angekommen, also ja, doch, Trust me, du kannst. Okay. Guck das. Wirklich, guck das. Werde ich jetzt mal reinziehen, und tatsächlich, ja, finde ich ein gutes Thema. Ja, Verfilmungen sind auf jeden Fall, äh, mega spannend, und da gibt es ja auch, also, von Glorios bis, ähm, ach, du heilige Güte, ähm, alles Mögliche. Ähm, ich denke an Bleach, an Copper Bebop, oder all, all die Sachen, äh, die real verfilmt wurden, na, oh, auch schön, dass du passend, ne, manches funktioniert, in real, sehr vieles auch nicht. Manches nicht, ja, oh ja, und, ich verknall für mir mal jegliches, weiteres Kommentar an dieser Stelle, denn ich hab schon wieder ganz fiese Flashbacks zur Attack on Titan, real verfilmung, Levi und der Apfel, never forget, aber da reden wir in der nächsten Folge drüber. Super. Also, schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, Triple A Podcast, dann liest man zum Thema, äh, ja, Reha verfilmern. Oh boy. Und dann würde ich sagen, ja, oh boy, genau, aber erst in der nächsten Folge. Dann, vielen Dank fürs Zuhören, und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Alles Gute und bye bye. Tschüss.